Herzlich Willkommen zur neunten Folge Minecraft! Ja, heute nehm ich wieder mal alleine auf, weil wisst ihr was? Das juckt ihr alle nicht! Der Dennis und Furlong haben vorproduziert bis zum 87. am 88. 1945 und Pure ist ne Missgeburt, der nimmt eh alle drei Monate ne Folge auf. Dominic ist immer irgendwo, spielt mit RealLife Kollegen auf nem Minecraft Server. Keine Ahnung, wenn er aufnehmen könnte. Wen hab ich jetzt vergessen? Ach Niklas, der hat keine Zähne mehr. Und ja, deshalb nehm ich jetzt wieder mal alleine auf. Jo, wahrscheinlich, oder? Und Niko soll ich auch nicht mehr nachmachen. Also, am besten sag ich jetzt gar nichts mehr, damit ich niemanden nachmach. Und ja, was mach ich heute in der Folge? Ich bin zu behindert. Ah ja genau, ich hab mich jetzt endlich auf nen Namen... Hä, kann ich mehrere Dinger Piusmutter nennen? Das wär witzig. Hä, jetzt heißt es auf jeden Fall nicht mehr Piusmutter. Versteh ich. Ah, wenn ich... Hä? Hä? Verstehe ich nicht. Hm, hm. Egal. Ich bin behindert. So, dann nehmen wir jetzt... Hä? Warum pack das so rum? Verstehe ich nicht, nee, nee. so das pferd heißt nämlich dr gebbels was leck das ist bitte was hässen heute los er ist jetzt weg er kann der kaputt werden aber dr gab es ist am start so dann was habe ich noch geplant ich habe irgendwie geplant mir darüber eine brücke zu bauen da unten ist die kabel kiste vielleicht ein bisschen mehr mit packen hier die drecks wolle rein obwohl ich glaubt ihr euch hier hier angefangen wollte zu rennen zu haben perfekt leer zeug mit und dann geht's los so bin ja ein bisschen verplant ich gucke auf die uhrzeit 57 jetzt werde ich ihnen ein whatsapp angeschreibt was sollten das mann ey ich will nur aufnehmen das leben ist hart für frauen mit bart zeigte nur so am 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 wo baue ich denn den schüssel to the muzzle am besten wär wenn die hier so gut was eigentlich hier so im spawn gleich wenn man so sagt die geht hier so also beginnt hier und dann geht die dann geht es so und im bogen dort noch drüben kann man machen denke ich so ich kann nicht fliegen was soll das viele fliegen und bauen zu können ja eigentlich sollte man hier schon mit dem niveau und steigern im höhen niveau jetzt wird es auch noch dunkel so wohl warte ach ich habe keine ahnung ich bin behindert ich versuche das zu bauen und bin zu behindert dafür ich gehe mal kurz pennen und vielleicht check ich dann noch irgendwas was mit mir los ist so vor allem wieso ist das ding da unten ist jetzt wieder da gewesen wäre ich wäre ausgerastet you can only sleep is night es ist doch dunkel geworden alter was ist denn los mit dir ist das nicht dunkel genug dr gab es was meinen sie dazu kamerad ja ich drehe heute wieder ein bisschen durch ein kleines bisschen ein kleines bisschen so also hier werde ich jetzt hoffentlich dann bald ausziehen endlich 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 bei der ich liebe diesen smiley hier ich liebe ihn ich er ist bester bester smiley eu wohl wohl nur ab was würde ich machen genau ich wollte mir die haben wir müssen paar haft zum steps machen hochkasten ich bin behindert die 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 ist die vierten nicht mehr normal wie behindert ich bin so den scheißen nicht jetzt hier fabriziert habe keine eigentlich wieder weg machen ab 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 bei ist denn los mit dir ich nehme gerade auf du und so weiter ich packte es nicht um wahrscheinlich werde ich jetzt diese folge der scheiße machen aber ich mit produktiv scheiße machen ich will es auf jeden Fall hinbekommen eigentlich schon aber das wird jetzt schon ziemlich belastend werden ich sehe das schon kommen das wird belastend so dann hier so oh mein gott ich will mich jetzt schon umbringen und sollte ich drei breite oder so sollte die schon sein ach weißt du was dann machen wir vier breit juckt mich jetzt eigentlich echt nicht so und zwar übelste holzverschwendung ja genau dort habe ich es platziert ja 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 ich zeig sie halt so gefährlicher brückenbau ist das auf jeden fall also das geländer wird dann noch sozusagen gebaut so oh mein gott das ist so ein bullshit was ich hier mache ich packe es gar zeig den ich packe das nicht so also ich denke fast dass ich das noch ein so jetzt hätte ich mir behindert ähm so weiter bauen das mal das wird tricky tricky mickey so und vielleicht oh mein gott nein ähm und dann vielleicht hier nochmal jetzt kacke aus hier muss auf jeden fall schon ähm sagen in diese richtung nachdem ich besser so so und jetzt oh mein gott nein wie passt das eigentlich so mal jetzt so hier na finde ich gar nicht so schlecht die frage oh mein gott freue ich mich das unten auch noch wieder kann sein dass der server heute lag oder so mein gott habe ich super duper 100 fps mit dem krassen shader am start so aber ich denke das was ich hier gerade mache ist nicht das schlechteste was ich jemals gemacht habe und ich habe schon sehr sehr viel scheiße gebaut also ich habe jetzt gerade bock irgendwie diese brücke zu wandern das wolkenhaus und alles wird kommen und alles wird kommen so aber ein geduld geduld ist eine wichtige tugend und da habe ich jetzt verkackt so das hat noch eins tiefer sein müssen das heißt wir platzieren den hier und dann machen wir das ganze weg so 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 ich kann mich selbst abstechen wenn ich immer solche Fehler beim bauen mache hä achso aber der muss jetzt trotzdem schon eins man 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 ist das anstrengend so warum tut sie dir das an warum letztlich dass er überhaupt man so pam pam jetzt gehen wir eins höher und wieder eins weiter alter aber irgendwie also ich finde das schon ganz togo wenn das dann irgendwie sich so drauf turnt ja ja das schon ziemlich geilo so äh was nein ich hätte hier nicht steigern naja das leben ist echt hart was gar nicht wieso afrikaner das aushalten hohoho oh mein gott das war ein bisschen zu von manchen so hier heute ist außerdem gar nicht leise weil ich das ganze mal geschafft habe einzuplanern und jetzt nicht mitten in der nacht aufnehmen das war vernachlässigt gerade so ein bisschen was anderes aber werde ich auch gerade hier seit whatsapp angeschrieben aber das ist ja wurscht so nein man ey was ist denn da los so ich werde irgendwo habe ich mich dann verbaut und dann brenne ich mich ab alter alle vier breit ja gut ey man ey so jetzt gehen wir sogar die half steps aus aber ich finde die brücke ganz geiler warte mal warte ach so ok ok hä nein auf der gleichen stufe ist dann die änderung herr warte ich gehe 1 hoch hä ich bin ja ein bisschen verwirrt ich gehe hoch dann ist auf der nächsten dann ist da 1 dann geht es da hoch dann geht es 1 hoch gleich dann geht es rüber und 1 hoch gleich dann geht es rüber dann geht es 1 hoch gleich und dann geht es wieder rüber ach so weil ich da jetzt keine 2 das weil ich behindert bin versteht ihr das auch gut 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 dass man das mittlerweile nachempfinden kann wie behindert ich bin mein gott ich glaube ich nehme ja eh schon 85.000 minuten auf aber irgendwie bock das hier fertig zu machen weil wenn ich das noch einmal neu anfangen muss zumindest den teil hier dann werde ich verrückt so das heißt ich mache jetzt auf der gleichen stufe noch 1 man so man so dann 1 rüber 1 rüber rüber und dann geht es 1 hoch und so genau und dann geht es 1 oh mein gott jetzt geht es ganz rüber mehr ich habe noch gut 1 rüber und jetzt geht es wieder hoch hoch hat ist denn los mit der wieder hoch und dann geht es hier ran 1 meine Güte ist das da er hat das so gut ausgesehen ja ins rüber und passt genau ich glaube ich habe langsam den bogen raus so aber jetzt echt keine ahnung wie lange ich aufnehme ich werde vielleicht noch ein bisschen so also ich werde noch 23 die ganze machen so aber das ist echt richtig belastend weil ich habe jetzt sagt schon wieder sie verbaut hat das kann noch nicht sein es ist echt richtige huren so eine arbeit ich glaube ich schaffe es sogar diese folge das fertig zu machen nein du musst hier so du musst weg und dann hier dran oh mein gott das sieht richtig hässlich aus das sieht richtig hässlich aus da muss auf jeden fall noch so eine stütze rein okay aber man das gibt es teilweise echt nicht wir kommen hier schon vor irgendwo irgendwo habe ich jeden fehler gemacht und das wisst ihr auch so aber ich finde das echt geil nur nur das 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 kann nicht sein so wir waren wir waren jetzt geht es wieder hoch so 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 jetzt wird es dunkel jetzt gehe ich pennen und halt hat es die folge ist ja echt richtig produktiver scheiß glaube ich gar nicht zwar denke ich jetzt nicht die unterhaltsamste folge vielleicht war der anfang ein bisschen überdreht und so und das vielleicht ein ein oder anderen unterhaltsam der ein oder andere hat dann eh schon abgeschaltet wenn ihm das nicht gefällt aber wir können ja jetzt schon ein codewort einbauen naja also ein codewort wird heute wieder kommen und das wird jetzt noch nicht gesagt sondern also ich könnte mir erstens mal in die kommentare schreiben was da passiert ist mit dem den dingens hier ihr wisst schon dem toaster nein ähm mit dem ambos weil da habe ich echt keine ahnung was das soll so jetzt habe ich genügend von dem scheiß da habe ich aber keinen scheiß mehr um eins hier zu gehen jetzt muss ich mit meinen fingern wieder umgewöhnen auf welchen hotkey ich auf der maus gehen muss aber das passt schon weil ich habe die racer naga epic da habe ich so zwölf tasten drauf das ist richtig tight die ist zwar relativ kaputt schon bei racerprodukte so ein bisschen an sich haben dass sie relativ schnell kaputt gehen aber das in meiner meinung trotzdem einfach die krassesten banger und deshalb benutze ich es gerne ganz easy wisst ihr was das muss auf die 2 damit ich einfach normal weiter bauen kann was ist denn los mit dir man so genau und wieder so es läuft es läuft so so oh mein gott nein jetzt fahr ich einfach runter so dann hier eins dran das problem ist einfach nur dass ich vom winkel her das eine nicht hinbekommen aber sonst passt es ja so dann kann ich jetzt hier rauf springen wieder und und das ist setzen genau sehr schön sehr schnell so passt ich finde das richtig krass wie produktiv ich die folge bin hätte ich jetzt echt nicht erwartet muss ich sagen so dass da sogar was rauskommt sieht zwar vielleicht ein bisschen kacke aus aber juckt mich nicht und so wieder eins hoch ich hoffe nur dass ich das mit den steinen und so ausgeht das geht sich eben nicht aus machen wir die so ein bisschen weg nämlich jetzt geht es eins rüber und jetzt geht es eins es ist jetzt fünf lang nenne 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 so obwohl theoretisch könnte man das sogar machen wenn das maybe gut aussehen würde so so ja 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 es ist wird was ich glaube eigentlich sind wir jetzt schon beim maximum angekommen dann passt es mir jetzt auch heim gekommen so das codewort ist ähm hm irgendwie sieht das teilweise richtig scheiße aus also da kommen noch stützen und so nächste folge vielleicht vielleicht dann auch mal die anderen ob sie da eine idee haben und ja also wenn es euch gefallen hat gebt einen daumen nach oben das heutige dingens frage ist ähm wie soll ich diesen hund hier benennen schreibt mal auf jeden fall paar namen für den hund rein das habe ich mir schon ein paar partieren so gedacht wie soll dieser hund hier heißen also rex ist ein bisschen zu oldschool aber cha cha bing cha cha bing bing würde ich jetzt auch nicht nennen also schreibt es auf jeden fall in die kommentaren wie der hund heißen soll und dann würde ich sagen tschau bis zum nächsten mal und tschüss bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal